Musik Mein Name ist Pavel Reveron. Ich arbeite als Tischtennis-Trainer beim Tischtennis-Klub Löhrenhausen. Ich war bereits zweimal in Nepal und seit mehr als zwei Jahren unterstütze ich einen Tischtennis-Klub in Nepal, wo ich dann regelmässige Abstände, Pakete sende und im Jahr 2018 habe ich erfolgreich mit Hilfe von ID Revenue ein Projekt gestartet und mit dem gespendeten Geld sechs Tische in die neue Halle gekauft. Jetzt, im Jahr 2019, werde ich gerne mein Projekt abschließen mit dem Kauf von einem neuen Boden. Ich werde mich freuen, wenn Sie mein Projekt interessant finden und diese unterstützen. Musik 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 Vielen Dank.